All pick! Er hat ja auch Support-Fähigkeiten, aber nicht so ganz... Ich kam mit ihm aber nicht ganz so gut, klar. Ich bleib lieber bei meinen Favoriten. Lanesupport. Und, ähm... Wir schauen da mal lieber... Enigma haben wir mit dabei im Team. Ah, jetzt hat er wieder gewechselt. Also Licht hat mir eigentlich im letzten Gameplay jetzt ganz gut gefallen. Komme ich relativ gut mit, äh, zurecht. Dann nehmen wir mal hier eine Runde Quistal Maiden. Wow, jetzt haben wir Licht im Gegner-Team. Lion im Gegner-Team. Ich glaub, das könnte interessant werden. In die Breach! Enigma kriegt man von mir. 150 reicht noch grade so dann. Ich glaub, das wird interessant. Es ist alles Spaß und Spiel. Bis jemanden ist zurecht. Es ist alles Spaß und Spiel. ich sitze erst so die erste wort hier auf jeden fall mal so ohne wenn er ist mit ich komme da ich komme da oder auch nicht naja ist weg da haben wir zu spät reagiert und ein ein ich habe so viel gedacht ich habe so viel gedacht wir sollten nicht so sehr toll ja jetzt zu spät für die quips ja 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 Damit wir uns hier einmal die Creeps weghalten können, unseren eigenen, um die Gegner hier ein bisschen wieder zurückzuholen. Kommt der nicht mit, oder was? Ah, nein. Your middle tower is under attack. Yes. Haste. Agreed. To battle. I'll not argue. On. Here I come. Let's go. Oh, weg weg weg. Swiftly. Was macht ihr da bitte? Swift als Wolves der Eisrack. Ich habe so viel gedacht. Ich bin ein bisschen hilfreicher. Vorher. Down you go. In the bridge. In the line of duty. Shit. Faster. Swift as the wolves of Eisrack. Ah, sorry. Was soll ich da machen? Großen. Ich bin. 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 Was soll ich da machen? Großer. Ich hätte hier 1,5 Sekunden standen können, aber da ist mir die Verlangsamung hier über vier Sekunden. Ist da wesentlich besser. Nice. Nice action. Okay, jetzt kaufen wir uns einmal nochmal. Let's go. Hinter uns. Let's go. To battle. Agregiert. Nice. Down into the deep green. You're a trusty mate. That's how I can state. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Nice action Viper, nice action. Here's ice in your eye. I move. Is it cold in here or is it just me? On. Agreed. I'll not argue. To battle. Okay, wir wollen noch mal ganz schnell, dass wir hier einmal noch ein bisschen Sicht haben. Yes. Wenn's jetzt ein bisschen gedauert hat mit den Wurz. Swift ist die Wurz der Eisrack. Ne, ne, ich lauf mal lieber da hoch. Illusion. Die Wurz der Eisrack. Schönen. Die Wurz der Eisrack. Ich dachte so viel. Schönen. Die Wurz der Eisrack. 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 Der holt wieder ab, der Licht. Ja, witzig. Lick! 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 Was machen die da bitte? Das war ja grad grad ein bisschen doof, dass wir hier... Oder dass die mich so schnell geholt haben. Ich hab auf den Sperr nicht wirklich aufgepasst. War jetzt hier mein Fehler. Gebe ich ehrlich zu. Ja, denn dann dauert die ganzen Worts. Es wird einfach besser werden. Ah! Der Schmerz der Top Tower hat sich verloren. Los geht's. Vorwärts. Meine. Wow Back, back Nice. Ich glaube auch mal einmal zurück. Mal zurücklaufen. Mal schauen jetzt her. Was? Ja, hat er recht, wegen den Worts. Ähm, 1,50. Aber ich glaube, er hat jetzt Worts, oder? Nee. Ist noch einer. Nein. Nein. Boah, haben wir gerade noch mal so den Arsch gerettet, ey. Nein, jetzt gehen wir voll auf den Sack. Das war jetzt doof von mir, dass ich hier mein, äh, Ulti abgebrochen hab. Ja. 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 Ey Kunker bitte, ey bitte, bitte, bitte Ey Kunker Dyer's Structures are fortified. I! Your bottom tower is under attack. Attack! I will have my revenge. Forward. Ich will jetzt nicht schon wieder back gehen, ey. Ohne Mist. Nice. Nein, nein, nein! Macht er mir Angst, ey. The enemy's middle tower has been denied. Let's go. I'm off. Into the breach. Here I come. Drop it. I thought as much. Agreed. Okay, lass den mal kurz nach oben laufen. Hä? Swiftly. The enemy's bottom tower has fallen. Yes. Leute. Swiftly. The Wolves of Icewack. Ich hätte die Worte lieber bei uns platzieren sollen. Ich werde dich schnell fliegen. To battle. Down you go. Agreed. Here's ice in your eye. Swiftly. Invisibility. Your top tower is under attack. Yes. Your top tower is under attack. I will not argue. Nein. Der Kunker geht immer auf die Fallschne, irgendwie. Ach, Kunker. Guck mal, ist ein, der da schon siebenmal gestorben ist. Das geht mal gar nicht. Also, der spielt hier echt richtig schlecht. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Ähm, wir brauchen wir einfach nochmal wieder. Nice, haben wir auch wieder dabei. Naja, geht ja los. Achtung! Wow, alter, alter. Oh, das sind ja alle. Let's go. I thought it was much. Oh, ne, hat der eine? Ne, hat er nicht. Ja, was war das denn jetzt? So machen wir uns das auseinanderlaufen. Haha, was ist das? Nice. Nice, los. Nice. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Okay, wir legen noch mal, warte mal ganz kurz. Was machen sie? Ich gehe mir den Kunker helfen jetzt noch mal, bräuchte noch mal Worts, dauert noch ein bisschen. Hm. sind alle unten Jungs sind alle unten gewesen gerade Indica, mach kurz Pause Wie schaut's aus vom Level? Viper ist getrennt, scheiße Das ist natürlich nicht so gut Hab ich gar nicht gemerkt Ähm, 15 Ja, vom Level her sind wir eigentlich alle gleich auf Wir haben halt wesentlich Oder besser die Die Kills bekommen Luna geht ziemlich gut ab Viper geht gut ab Jetzt ist er wieder da Wahrscheinlich Aufpassen jetzt hier unten Faster Haste Ich move Warte doch, warte doch, warte doch Hinter uns hinter uns Agreed Ich denke, all das Eis würde ihn schön machen Ja, super shit Keine Chance, weil mich der Der Lion kam noch an Hatte mich da Eben noch gehext Jetzt müssen wir mit da aufpassen Sonst kommen die da echt durch Ich bräuchte noch ein paar Items Und zwar kriegen wir ganz schön viel Damage rein Ähm Mekka hat noch niemand Wird es sich aber auch nur lohnen Immer noch ein bisschen mehr in die Teamfights gehen halt Und nicht alleine rumlaufen Shadowgate ist glaube ich noch ganz gut Nein, jetzt kriegen die uns weg Nein, der ist auch down Jetzt wird es gleich interessant Wow Macht so viel Damage Oh, ich glaube Kunkka ist so raus Gehe ich fast davon aus Natürlich haben wir ein gutes Team Aber Ja, ich glaube Wunderbar Wir müssen was gegen Phantom machen Wenn ihr jetzt Damage macht Dyer Strukturen sind fortgefunden Dein Middletower ist unter Attacken Ich könnte mir mal Wurz kaum holen Wenn ich mich jetzt Phantom, Phantom, Phantom Nice Nice Ich sehe nicht Das hat nichts gefallen Nein Ich habe das nicht gefallen Ich habe keine Angst Ich habe nicht reden Wegen Roshan auch dann später und einmal im Dschungel. Einmal den Dschungel worden und dann haben wir eigentlich alles. Sind fast alle down, sehr gut. Agreed. Kalt Cash. Die. Ich habe so viel gedacht. Attack! Drückgekauft, okay. Jetzt sind wir unten durch. Nice. Verdammt, hier, Sir. Die Schmerz-Bottom-Tower hat fallen. Die Schmerz-Bottom-Tower sind ja beide dort. Vorwärts. Swiftly. Pass auf, die ist schon dabei. Weiber. Swiftly ist die Wolke des Eisrack. Find Tempo-Stopp. Into the Breach! Yes! No! Sorry, Mitch. Du machst es falsch. Fast! Na los! No! Aye! Fuck, ey! Nice, Wappah. Wow, hau ab, hau ab. Scheiße. Get down. Guck mal. 1.600 brauche ich dafür. 1.600 brauche ich dafür. Und wer hat jetzt gerade Worts gekauft? Ja, ja. Und wer hat jetzt gerade Wortschritte? Ja. 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 Lich und Lion ist top, okay. Ja. Finte macht Rosh an. Wann doch nicht. Wann doch nicht. Wann doch nicht. Nein. Nein. Ja. Ich bin schon gesilenced. Ich konnte gar nichts machen. Was war das denn jetzt? Bitte. Nein. Nein. Aber trotzdem. Ich bin zerstört. Huger? Was? Your bottom tower is under attack. Brauchen mehr Worts. Ja, 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 ja. Shit. Ja, ja, ja. Nein. Die blöden BKB, ey, das ist so stark in Zeitung. Nicht so stark. Die blöden BKB, ey. Nice, gut gemacht. Ja. Ich glaube, der geht noch down. Nice, weibbar. Die blöden BKB, ey. Ja. Die unterschätzen alle Die blöden BKB, ey. Man kann doch, glaube ich, nichts anwenden, oder? Kann man da irgendwas gegen machen? Womit ich Inhalte mehr noch stammen kann, oder so? Ich dachte nicht so viel. Radian Strukturen sind fortified. Agreed. Natürlich müssen wir ihn kriegen. Das Problem ist halt... Ich werde nicht antworten. Ich werde dich nicht antworten. Um zu kämpfen. Ich werde dich schnell schlafen. Ja. Da kam er grad. Jungs. Los, 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 den kriegen wir. Nice. Oh, du wirst nicht zu bachen. Was brauche ich noch? 1006. Weg, weg, weg. Forward. Swiftly. Ja. Es ist ein Honour, um zu sterben zu werden. Der Fenty macht einfach mal 1000 Damage mit einem oder zwei Schlägen. Das ist so der Hammer. Phantom Assassin. Der geht echt richtig übel ab. Schmerzis. 进... Im Land. Spring. ... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, okay, okay. Nice. Wow. Ja. Keine Chance, ey. Achtung, Achtung! Ist so krass. Ist so krass, ey. Wie der Phantom hier abgeht. So krass, ey. Ohne Mist. You're bottom tower is under attack. Dyer's structures are fortified. You're bottom tower is under attack. Many things. You're bottom tower has fallen. You're bottom barracks are under attack. You're bottom barracks are under attack. Da sieht man mal, was einen Carry ausmachen kann, ne? Wenn man den richtig gut drauf hat und der zum Schluss eigentlich das Game noch farmt. You're bottom barracks has fallen. Kunkka bitte nicht. You're middle barracks are under attack. It just keeps getting better. You're middle barracks are under attack. Weg, weg, weg. You're middle barracks has fallen. You're middle barracks are under attack. Lula! Verstehe ich jetzt nicht. Hätte man sich nicht bewegen können? You're middle tower is under attack. You're middle tower has fallen. You're middle tower is under attack. You're middle tower has fallen. Ey, so ein Mist, dass wir hier noch verlieren. Ohne Mist. Nein, er ist tot. Aber ja, eben. Bringt gar nichts. Schade, schade. Könnte ich mein neuntes Game nicht gewinnen. Leider loss. Für, ähm, für mein Qualifizierungsmatch. Ich glaube nicht. Phantom auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Ähm, hat zum Schluss eigentlich sehr, sehr viel rausgerissen jetzt hier, dadurch, dass er das Game gecurried hat. Ähm, vom Level her waren die zum Ende von den Teamfights einfach besser gewesen dadurch, dass der Phantom hier so gut war. Und halt echt viele Kills bekommen hat. Wenn man aber sieht im Verhältnis, ähm, 24 und der 27 Kills, war Viper gar nicht weit weg von dem, was, äh, Phantom erreicht hatte. Ähm, wir hätten hier, glaube ich, als Team eventuell noch besser agieren sollen. Vielleicht war die Teamkombination auch nicht ganz so gut, die wir jetzt hier hatten, denke ich mal. Ähm, weiß nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Ich finde es schade, dass ich jetzt das Match hier nicht gewinnen konnte, mit meinem Team. Ähm, wie immer. Man will ja gerne natürlich gewinnen. Und, äh, mal sehen, was das 10. Match bringt. Wie es morgen ausgeht mit dem nächsten, äh, Dota-Match und wo ich dann platziert werde, wie viele Punkte ich bekomme. Weil das mein letztes Platzierungs-Match ist im Wankt. Und ja, das war's gewesen. Ihr könnt mir gerne wieder ein paar Kommentare zum Gameplay hinterlassen. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann.